Hallo und willkommen zu Teil 4 von Space Quest 1. Wir stehen immer noch in der Höhle vor dem Bösen, vor der Vision, vor dem Hologramm des Aliens und erwartet sehnlichst darauf, dass wir ihm jetzt den Beweis geben, dass wir das haben. Also, dass wir den Orat besiegt haben, was wir natürlich auch haben. Deshalb flatschen wir ihm doch jetzt einfach mal das Stück Orat vor die Füße. So, hier. Drop Piece. Zack. Du flatscht das Stück Orat auf den Boden. Die Vision sagt kein Wort. Oh mein Gott, oh mein Gott. Du erschreckst dich und ein Rappeln und Ruppeln, ähm, mit einem Rappeln und Ruppeln öffnet sich eine seltsam geformte Tür. Ähm, sie öffnet sich, öffnet sich langsam. Ja, okay. Du hörst deine Stimme. Diesmal klingt sie anders, dass du vorwärts durch die Tür hindurch treten sollst. Okay, was tun wir auch? Oder tun wir es nicht? Nein, Hilfe. Wir gehen durch, wir gehen durch. Wir trauen uns, wir trauen uns, wir trauen uns. Und diesmal? Was passiert? Ah, Geräusche. Okay, und ein sehr seltsamer, das ist der Alien von eben. Bitte hab keine Angst. Wir werden, äh, wir, we intend no harm. Wir sind eine friedvolle Rasse. Wir sind aber vorsichtig. Andere, viele andere teilen nicht diesen Lebensstil mit uns. Willkommen auf Corona. Oh, Corona. Also das Bier sozusagen. Das sind Bierplaneten. Ähm, du stehst in der, äh, äh, Power Generation Facility, ähm, von unserem Untergrund, ähm, 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 sag mal, jetzt nochmal ganz, ganz nebenbei. Sobald ich hier sitze, fallen mir keine Worte mehr ein. Okay. Okay, also du stehst mitten in unserem Energieversorgungssystem von unserer Untergrundsiedlung. All unsere Energie wird hier produziert durch Dampf. Aber das ist jetzt wichtig. Auf jeden Fall, wir haben dir ja versichert, dass du eine Transportation von uns geschenkt bekommst. Dies werden wir jetzt erfüllen. Dies ist ein Gleiter. Er fliegt ungefähr einen halben Meter über den Boden. Deswegen, das ist sehr, sehr wichtig, wegen dem Grell. Oh, die Grell. Grell und seine Art von bösen Viechern leben in den Höhlen unter dem Sand. Wenn du auf der Oberfläche stehst, das haben wir ja schon am Anfang festgestellt, wirst du ein seltenes feuchtes Mahl für ihn. Ja, genau, natürlich. Das ziehen wir dir natürlich total an. Wir als feuchter Leckerbissen auf der Oberfläche, so einem trockenen Planeten, ist ja ganz klar. Die wollen uns essen. Und die waren ja sehr nett am Anfang. So, okay. Also, der Skimmer ist programmiert. Dich in die nächste Siedlung auf der anderen Seite von Corona, Julenz Flats genannt. Du kannst andere Reisearrangements dort veranlassen. Julenz Flats ist ein Witz übrigens. Es tut mir leid, dass das alles ist, was wir dir anbieten können. Ich hoffe, dass diese Reise eine sichere Reise wird. Setz dich auf den Skimmer, auf den Gleiter. Und wenn du fertig bist und hier abzureisen. Viel Glück. Seltsamer Mann. Das war das Geräusch von dem Ding, was da weggeflogen ist. Okay. Dann schauen wir uns doch hier gerade nochmal um mit den seltsamen Aliens. Können wir mal gucken. Look. Aliens. Aha. Einige von den Kerionianern über dir gehen ihrer Arbeit nach. Okay. Dann schauen wir uns mal hier um in dem Zimmer. Das ist ein sehr interessanter Ort. Eine Mixtur aus alter und neuer Technologie. Auf der einen Seite siehst du einen primitiven Dampfgenerator. Seine Zylinder, beziehungsweise Kolben, klappern oder stampfen rhythmisch und ändern Dampf in benutzbare Energie. Auf der anderen Seite siehst du eine Art Computerkonsole, welche wir uns gleich mal angucken werden. Das scheint die Computerkonsole zu sein. Ein Monitor und eine Kassettenöffnung für Kassetten. Hm, hab ich das schon mal gehört. Okay. Und dann gibt es so verschiedene mögliche, also verschiedene Klapperdinger, Lichtchen und so weiter und so fort, die halt sagen, ey, das Ding ist an. Okay, dann benutzen wir doch gerade mal die Kassette, den Cartridge, den wir haben. Also, use card. Oh Gott, schreibe ich es hier jetzt nicht mal richtig. RIDG. With Konsole. Was? Ach, verdammt nochmal. Vielleicht einfach so. What would you like to do with that? Das ist doch klar. Warte mal, mach mal use Konsole. Ah, okay. Insert card. RIDG. Aha. Der Cartridge schnipst in den Schlitz und der Bildschirm geht an. An jeden, der das liest. Mein Name ist Dr. Slash Warhol. Ich bin ein Wissenschaftler des Sterngeneratorsprojekts auf dem Sternlabor Arcada, also da, wo wir geflohen sind. Wir haben, ähm, ja, successfully completed, also wir haben den Star Generator, äh, erfolgreich getestet und, äh, funktioniert. Aha. Während dieser Zeit ist mir aufgefallen, dass unser Vorankommen in unserer Arbeit von anderen überwacht wurde. Ich denke, dass die Zarians, ähm, also diese böse Rasse, die uns am Anfang überfallen hat, sich, äh, über unsere Mission, äh, Bescheid wissen. Äh? Man kann Haare föhnen und auch Fußnägel schneiden. Nein, natürlich nicht. Ähm, wenn man ihn aber benutzt, für das benutzt, für was er gedacht ist, wird er helfen, das Leben für, ähm, Ewigkeiten, Tausende von Millionen von Jahren zu, äh, fördern. Äh, wenn man das Gegenstand aber auch für das Böse benutzen möchte, könnte man viel Zerstörung und Millionen von Leben zerstören, versklaven, äh, und jeden vernichten, der sich gegen die Zarians stellt. Also insofern nur diese das haben wollen. Na gut, die Zarians, also klingt wie eine nette Rasse. Ich weiß nicht, ob ich das am Anfang schon erwähnt habe, aber ich glaube, dass die ja verbannt worden sind, weil die so eine kriegerische Rasse sind in diesem Universum. Na gut. In diesem, in diesem Kassetten-Dings, was ich nicht genauer weiß, wie ich es nennen soll, ähm, sind Pläne und Spezifikationen für die Konstruktion des Sterngenerators eingebaut, aus kleinem Streichhölzern. Ähm, sollte irgendein, ja, Überfall, irgendein Unfall den Star Generator Project, ähm, befallen, andere Wissenschaftler würden haben die Möglichkeit, mit diesem Ding, äh, den Sterngenerator, äh, Neuer zu, ähm, Neuer zu erbauen. Bitte bewachen Sie dieses Ding mit Ihrem Leben, äh, den Cartridge. Äh, bringen Sie ihn nach Xenon und, äh, die, äh, ja, wie nennt man das, äh, ähm, das Government halt wird sich drum kümmern, um alles kümmern, um alles weitere kümmern, damit ein Neuer gebaut wird. Danke sehr. Moment, war das jetzt der letzte Text oder nicht? Machen wir das Ganze nochmal. Was? Achso. Wir müssen das erstmal wieder nehmen, ich dachte gerade schon. Cart, rin, d, ge. Hehehe. Das wär's natürlich. Das hab ich jetzt schon wieder geschrieben. Äh, was? Cart, r, d, ge. Okay, machen wir nochmal, use, cart, r, d, ge. Was? Ach, ne, insert hab ich ja gemacht, ne? Cart, r, d, ge. Natürlich versteht er das nicht, weil ich es wieder falsch geschrieben hab. Pah! Okay. So, das haben wir gelesen, das haben wir gelesen. Genau. Aha. Ähm, wichtige Notiz. Der Sterngenerator hat über die Möglichkeit der Selbstzerstörung. Das ist, äh, z, 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 z. Aha, in vorsichter, vorhersehender Weisheit hab ich das gemacht. Den Code ist 68. 68, gleich mal aufschreiben. Äh? 68. Immer ein großes Blatt, das ich ja immer hier liegen habe. Großes Blatt, Papier. Ein 5-Minuten-Timer wird ein Countdown beginnen. Ach, jeder, der sich im Radius von 5 Kilometer des Sterngenerators befindet, wird, äh, ist in Gefahr. Seien Sie bitte vorsichtig und viel Glück. Danke, super, das wissen wir jetzt. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, jetzt vergisst man das Ding hier wieder zu nehmen, ne? Und das ganze Spiel kann man weiterspielen, das gesamte Spiel. Und man hat das Ding jetzt da drin gelassen. Und man kann das Spiel dann nicht beenden, weil man das vergessen hat. Ja, das ist, also, die sind so gemein. Also, ich hörts jetzt wahrscheinlich auch vergessen, äh, hörte ich das jetzt nicht nochmal reintun wollen. Und dann wär's mir wahrscheinlich irgendwann, ich hörte immer natürlich wieder, so wie ich mich kenne, nicht gespeichert. Und irgendwie, was weiß ich, äh, irgendwann später wär's mir dann wieder aufgefallen, ne? T-T-T-K-A-T-R-D-D-G-E. Halt, jetzt hab ich den I vergessen. R-D-G-E. So, dann haben wir es jetzt wieder, jetzt geh ich nochmal sicherer gehen. Ja, wir haben's, okay. Dann winken wir nochmal in Dieb. Winke. Okay, versteht er natürlich nicht, wie, warum auch. Aber jetzt speichern wir grad nochmal, denn jetzt könnte es gefährlich werden. Äh, Labor. So, okay, jetzt machen wir Enter Skimmer und los geht's. Äh? Oder auch nicht. Turn on, äh, ne. Okay, Lux Skimmer, schauen wir mal, was es jetzt anzubieten hat. Aha, ein Sandgleiter, sieht aus, als hätte er, als wäre er viel geglitten. Und, äh, hat ein bisschen Sand überall drinne. Ein kleines Panel, ein Readout, Dark, ein Keyhole with a Key in it. Okay, dann machen wir mal Turn. Äh, also ist ein kleiner Schlüssel, äh, im Schlitz drinne. Turn, Key. Zup. Du drehst den Schlüssel und plötzlich gehen die Jet-Turbinen an. Und fangen sie an langsam zu drehen. Dieses Geräusch bekommt dann ungefähr. Ähm, äh, der Gleiter beginnt ein bisschen zu wackeln. Und langsam bewegt er sich nach oben. Und ähm... So, dann bewegt er sich in die Lounge-Vorrichtung rein. Du kannst, ja, wie immer weißt du nicht, wohin dich das alles jetzt stiller treiben wird. So, also, ich bin auch mal gespannt, wo es hin... Oh, du wartest nervös und was passiert ist, dass der Skimmer langsam sich aus dem Boden heroben, Sand fällt dir auf den Kopf, natürlich, überall ins Boot rein, alles jetzt im Nacken, es kratzt und juckt. Und, ähm, scheiße, überall Sand und du bist nach oben geglitten, sozusagen. Muss man sich vorstellen, wie viel Sand da jetzt einem... Und... Das war das Grosch, was eben kam. Und du reitest, äh, saust in den Sonnenuntergang und jetzt kommt wirklich eine schwierige Passage. Okay, das Settlement, da hinten das kleine Weiße. Ich weiß nicht, ob ich es sehen kann, ganz in der Ferne. Hinten, das ist da, wo wir hin müssen, die kleine Siedlung. Okay, aber jetzt will ich erst mal speichern. Nochmal, nochmal. Okay, nochmal speichern. Diesmal sind wir auf der sicheren Seite. So, Skimmer, japp, speichern wir und jetzt geht's los. Ui, aua, 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 aua. Verdammt, nochmal. Ich glaube, ich muss mir das schneller einstellen, weil so überlebe ich das garantiert nicht. Moment mal, wir müssen das gerade mal langsamer machen, vielleicht. Äh, genau. Das hat nämlich jetzt nichts gebracht. Machen wir nochmal die schöne Todesanimation. Ah, ab in den Sand. Ja, genau. Warum denn? Was hat das mit Donuts zu tun? Was hat das mit Donuts zu tun? Das ist doch eine absolute Frechheit. Das ist doch wirklich eine Frechheit. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Bild, wie ich finde. Oder? Also ich finde, es sieht sehr, sehr hübsch aus. So, dann machen wir mal Restore. Alles ein bisschen langsamer jetzt. So, ah, ab, ab, ab. Och, direkt ins Erste rein. Das ist so gemein. Ui, jup. Okay, 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 okay. Wir schaffen das jetzt hier mit langsamer Geschwindigkeit. Ja, und nach links, nach rechts. Wir schaffen das in einem Durchgang. Wuhu, und nach links, nach rechts. Was kommt auf uns zu? Das ist auch überhaupt die Zeit, dass man so viel stehende Zeit hat, ne? Die kleinen Steinchen hier links und rechts. Sandiger Planet und überall sind Steine. Das ist doch eine Frechheit eigentlich. Stand nichts von einem, ähm, ne Werbebroschüre. So, ah, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Ah, 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 ah. Und die Siedlung ist immer noch klein im Horizont. Ah, verdammt nochmal. Ich wollte es doch ohne eine Verletzung schaffen. Verdammt. Ich glaub's ja nicht. Ich hätte speichern sollen, ich hätte speichern sollen. Ich speichere jetzt auch nochmal. Wir haben zwar noch, wir haben noch eine Möglichkeit. Natürlich nicht über das. Skimmer 2. So, und jetzt, wir schaffen das jetzt. Sonst müssen wir halt laden. Ah, verdammt. Oh, 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 oh. Oh, die Siedlung ist schon größer. Seht ihr, seht ihr die Siedlung? Wir kommen nach hin. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Komm, 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 komm. Jetzt kommen keine Steinchen mehr. Ah, gut, der kam links, der kam links. Nein, 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 nein. Ausweichen, 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 ausweichen. Und nochmal speichern. So, ja, gespeichert, 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 gespeichert. Und, 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 und. Ja. Ah, ah. Verdammt, verdammt, verdammt. Wir schaffen das noch, wir schaffen das noch. Und, 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 und. Diese futuristischen Sound. Ah. Situation critical. Nein, nein, nein. Wir müssen... Komm. Haben wir es bald geschafft, oder was? Das gibt es doch gar nicht. Ah. Nee. Ach, das war doch klar. Das war doch klar. Was für ein Abenteuer hier. Das gibt es doch gar nicht. Es gibt mal zwei, okay. Okay, 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 okay. Okay, ich hoffe diesmal... Was ist denn hier schon wieder los? Warum ist das so schnell? Okay, ich bin halt, ich bin halt, ich bin halt ein fitter Typ. Das ist halt alles ein bisschen schneller jetzt hier. So. Vielleicht nehme ich jetzt auch einfach die Zeit in einer anderen Geschwindigkeit wahr. So, links, rechts, links, rechts. Okay, speichern. Huch. So, so. Genau, speichern. Ja. Ah, gleich ausweichen hier. Ausweichen links, ausweichen rechts und links und vorne und unten. Uihoi, ui, 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 ui. So, komm, komm, komm. Das haben wir doch jetzt gleich mal geschafft. Also bitte. Was ist das für eine lange Reise jetzt hier? Das gibt es doch gar nicht. Gehen wir mal ganz nach links außen. Ah, natürlich kommt da jetzt ein Steinchen. Ist ja klar. Ist, oh, die, oh, die, oh, die Siedlung ist schon größer. Die Siedlung ist größer, müssen wir sie da speichern? Das ist aber eine lange Reise hier, ne. Okay, das, äh, so. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Oh, da bin ich aber... Das war aber gut, dass ich hier ein bisschen nach links ausgewichen bin. Am Horizont erscheint sie. Wir haben es gleich hoffentlich geschafft. Ich speichere nochmal. Nein, nein, verdammt. Das gibt es doch gar nicht. So, jetzt nochmal speichern. Ui, 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 ui. So, jetzt haben wir es aber mal gespeichert. Oder gespeichert geschafft, oder? So. So, was ist das denn für eine lange Fahrt? Oh. Oh. Wir haben es durch das kleine Boulderfield, also sozusagen witzig, Anspielung auf ein Asteroidenfeld. Wir haben es geschafft. Wir sind durch und wir sind endlich bei der Siedlung. Ich bin total froh. Puh. Wir haben es geschafft. Ah, da. Wow. Was für eine Siedlung hier. Babe, das Leben. Da vorne läuft der Hornmensch. Aha. Nach einer steinzerschmetternden Reise sind sie auf mysteriöse Art und Weise sicher in Jolens Flats erreicht. Und gerade rechtzeitig. Denn der Skimmer hat keine, also die Power Energy Cell ist leider leer gegangen. Ähm, sie wird ein bisschen brauchen, um sich neu aufzuladen. Dieser, äh, dieser Platz ist, also dieser Ort ist nicht genau das, was du erwartet hast. Äh, das ist so ein bisschen, es ist toll und das ist gut. So, okay. Da vorne geht der Alien in die Tür rein. Ziemlich coole Alien, wie ich finde. Und, ähm, ja. Dann würde ich sagen, steigen wir mal aus, oder? Oder steigen wir jetzt schon aus? Ich glaube, wir steigen das nächste Mal aus. Ich würde sagen, wir steigen das nächste Mal aus diesem Raumschiff aus. Ich hoffe, unsere kleine Reise über den Planeten hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns im nächsten Teil. Tschüss. Und ciao.